Geschwindigkeit messen Wussten Sie, dass Sie die Geschwindigkeit eines Objekts berechnen können, indem Sie seine Zeit und Entfernung messen? Nein, das wusste ich nicht. Wie macht man das? Okay, versuchen wir es mit einer Aktivität. Wir zeichnen eine gerade Linie auf den Boden und lassen einen Freund einen Ball daran entlangrollen. Wir notieren die Zeit, wenn der Ball die Linie überquert und wann er zum Stillstand kommt, und messen die zurückgelegte Entfernung. Das klingt nach Spaß. Was können wir daraus lernen? Wenn wir Zeit und Entfernung haben, können wir die Geschwindigkeit des Bolts berechnen. Die Formel lautet, Geschwindigkeit ist gleich Entfernung geteilt durch Zeit. Wow, das ist wirklich interessant. Können wir das mit anderen Dingen versuchen, wie Gehen oder Radfahren? Absolut. Sie können Ihre Geh- oder Radfahrgeschwindigkeit mit der Ihrer Freunde vergleichen. Messen Sie einfach die Entfernung und die Zeit und berechnen Sie die Geschwindigkeit. Das ist so cool. Ich wusste nicht, dass wir das machen können. Und was ist mit anderen Jebewesen wie Tieren? Gute Frage. Wussten Sie, dass sich eine Schildkröte mit einer Geschwindigkeit von etwa 8 cm pro Sekunde fortbewegen kann? Während eine Rakete Geschwindigkeiten von bis zu 8 km pro Sekunde erreichen kann? Das ist ein riesiger Unterschied. Boah, das ist verrückt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schnell eine Rakete im Vergleich zu einer Schildkröte ist. Genau. Und wenn Sie die Geschwindigkeit eines Objekts kennen, können Sie auch die Entfernung berechnen, die es in einer bestimmten Zeit zurücklegt, oder die Zeit, die es braucht, um eine bestimmte Entfernung zurückzulegen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schnell eine Schildkröte mit einer Schildkröte ist. eingef precauiert eher eine Schildkröte mit einer Schildkröte Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schnell die sich im Vergleich zu einer Schildkröte mit einer Schildkröte stellen,